GALAKOM.TV unterwegs mit dem Filmbike. Public Fuel in Rathausplatz zu Nürnberg. Die etwas anderen Sequenzen, die etwas anderen Perspektiven. Neuer Kapitän ist Jakos. Torosidis geht auch runter. Für ihn kommt Christos Patsasoglu. Auch kein Stürmer. Ein Mann fürs rechte Mittelfeld oder Außenverteidiger. Er geht rechts ins Mittelfeld. Immer noch kein Gekas. Immer noch kein Torjäger. Griechenland muss mit zwei Toren gewinnen. Argentinien stirbt. Jetzt hat er dreimal gewechselt. Und er zieht die Option nicht. Das ist der neue Mann, Christos Patsasoglu. Und Zyperl spielt bei Omonia Nicosia. Die Feste. Die Feste. Die Feste. Die Ereignisse. D. Gernot. Die festgeschlossenen Abwehr- und Mittelfeldreihe die Wagen sieht etwas häufiger nach vorne, das ist aber immer noch ein Tick zu wenig, vielleicht will man noch ein bisschen warten. Aber zwei Tore muss man erst mal machen gegen Argentina, da kann man nicht viel warten. Messi und Maxi Rodriguez kollidieren. Zorbas. Und keine einstaltende Krieche, sich nach vorne zu bewegen. Jetzt Tivis, der junge Mann gegen zwei Argentinier. Jetzt gegen Burdiso und Volati. 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 Jetzt gegen Burdiso und Volati.